K den habe ich dann auch das super kann ja auch schon zwei Ehe der falsche Server im Eif ja ich hätte die aufgrund gestellt hätte ich gern noch gesehen das ist doch nun mal das gleiche bis auf die üfe und alles ja deshalb ja ich mag eigentlich gehen wer ist ein bisschen weiter die fitte ist aber aus deutschland hat er im wunder mit aufgefunden sind die viele amerikaner hier drauf kommen ich gehe jetzt wieder ja ja hier lesen länder für nenne habe ich noch nie gesehen englisch aber kann so 10 aus usa habe ich gesehen hier nach hause die amerikanischen ich habe Angst gemacht der Bombay der Bombay mein Computer ist rot wie gestern der Helles mir teilen in James ja ja Malf kommst mal her so besser wegen weißer was soll er jetzt sagt die wohnung wir kommen okay er hat unser Video schon heute gesehen super oder gestern er gesagt er wollen wir jetzt hier weiter kommen und noch ein bisschen die als farm oder games gibt immer und hier ist Prozent Prozent und gebeten für sich er sei sich sogar machen für König was macht man ich meinst ja er hat doch irgendeinen anderen Server nehmen können er geht er darauf auf andere Server ja sie sind das sind Denkst du, ich gehe nur auf den Server? Eigentlich war es in Ordnung, aber irgendwie so seitdem er dachte... Keine Ahnung, er unterstellt irgendwelche anderen Sachen. Und nein, ich denke schon, irgendwie alles ist wieder... Äh... Hä? Hä, der kennt seinen Namen! Hä? Ja, ist auch kein Wunder. Ich habe so einen normalen Server geschrieben. Und da das YouTube-Video meine ich. Wer ist denn das? Ah ja, das halt. Habe ich schon gewundert, er könnte meinen YouTube-Channel? Keine Werbung machen. Hör doch mal auf. Hä, wie Werbung machen? Ach so. T-TV. YouTube auch Werbung machen? Ja, du machst die ganze Wärmung. Games, also ich habe Gs vorbereitet, wir müssen aber wieder neue machen. Also... Gehen so schnell... Game... 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 Game Mode? Games braucht Game Mode. What? Ja, also ich weiß nicht mal, wie siehst du es? Wird es jetzt hier noch bleiben, oder...? Kam mein Inventar ist voll, und ich müsste es mal ausleeren. Ich... Ja... Alle, ihr müsst mal durch den Strafstall kommen, da wollt ihr nicht sehen, was da abgeht, ey. Du schaffst, ey. Wie geht die Post ab? Wie geht die Post ab? Ähm... Malwin, wo ist... Weg, weil wir eigentlich Portale haben, aber... Ich habe jetzt drei oder vier Plugins versucht, alle können nur Admins benutzen. Ja, warum, das muss doch... Ja, da halt doch... Ja, äh... Ja, geh einfach, lauf dagegen. Habt ihr schon die 1.2 gezockt? Geil. Nö. Ähm... Ich werde da immer zurück teleportieren. Ich schaue. Dr. Hammer. Der Jungle ist Hammer-Koll. Ja, ich werde nicht die... Pre-Release. Ganz ehrlich. Ich mag die nicht so. Weil da so viele Bugs sind. Und das hört sich so scheiße an. Ja. Was passiert schon? Ich habe sechs Jahres. Ähm... Aber ich bin jetzt irgendwo... Ich weiß nicht mehr, wo ihr... Äh... Ich glaube, ich sehe mal... Ja, ich glaube, ich sehe dich. Irgendwo. Du bist jetzt hier genau im Gang. Ah ja, da. Ja, jetzt bist du da irgendwie hochgegangen, ne? Genau, ja, ja. Achtung. Ja, ja. Ja, so... Sollen wir langsam Cut machen? Nein. Äh, jetzt mit Cut. Ich hatte die auch nicht. Weil ich auch will. Willst du ein... Grundstück? Ja. Nein. Dumme Frage. Ja, also ich gehe jetzt hoch. Mal aus weiterbauen. Ja, ich bin grad dabei. Ja, ist egal. Wollen wir den hier lassen, Jan? Nein, hier können wir ja wieder reingehen, ich meine nicht. Das ist ja groß der Teil. Ja. Man muss halt nur ein bisschen Kram, um weitere Sachen zu finden. Hey, Mann. Stirb. Stirb, Justin Bieber. Stirb. Warum? Ähm. Ich war auf dem Server gar nichts gebaut. Ähm. Expand-Wert. Region. Define. Games, du musst halt die ganzen Admin-Teile lernen. Ja, aber... Ja, aber... Du verstehst ja längstens die paar... Commands irgendwelche. Also ich verstehe ja auch alles, aber... Doppel-GS... Ja, das verstehe ich auch erst seit paar... Wochen. Was ist der richtige Ausgang? Wo sind wir gelandet? Ähm... Na, ja. Boah, hier sieht's ja mal geil aus. Wir müssen jetzt hier... Ich weiß. Ja. Äh, wir sind halt Bergbiet, ne? Und wir... Ein bisschen wenig Bäume. Hä, du bist so... Notgeil. Ey, Games, du kannst doch jetzt nicht... Ey, du... Nö. Oh, Mann, ey. James Curry, ähm... Werbung machen? Hier, olle People. Bist so schwanzgesteuert, Alter. Alter. Äh... Oh, Mann, Games. Ähm... Äh, Malfi, das muss jetzt aber dann raus... Nö. Weil jeder hört, dass er so ist. Ja, aber der muss es ein bisschen anders ausdrücken und formulieren. 時代 aus dem Kyber 6 Neues Schlau… So, wie schon auf Gameнов. Aha, wo er solangeenciem. Und ich bin drin. Und ich bin jetzt... ich bin jetzt nicht sicherlich schoniger Solo, da탕! Bist jetzt Rolandwest? ller Sand... uh... losing and... hoch dieser halben stein oder so ich habe nur noch achten müssen welche machen übrigens als der gott nahe haben wollen aber nö vielleicht natürlich vielleicht weiß nicht vielleicht auch beides ja bei youtube account macht geschlecht männlich weiblich sonstiges er erst im account das muss man dann mal schauen wie es funktioniert dass wir länger machen also länger wie das machen können weil ich bin der einzigste hier auf dem server der premium hat games auch also gekauft ich habe bald gekauft hat das geht ja er stimmt ja gesagt der trotz der sieht ja nicht jeder das gehen machen ja den steinziegel gemacht mann taler